Hallo Steinbock, herzlich willkommen zu deiner neuen Legung. Meine lieben Steinböcke, wir schauen uns die Zeitfrequenz Mitte bis Ende September an in dieser Legung. Wir werden in dieser Kollektivlegung, möchte ich nochmal betonen, weil es einige Kommentare letztens gab, wo dann doch welche sagen, ja das ist nicht meine Legung oder passt nicht. Meine Lieben, es sind Kollektivlegungen. Was bedeutet das? Kollektivlegung bedeutet, dass nicht jeder damit in Resonanz geht, weil wir für ein Kollektiv, für eine Gruppe schauen. Wenn du sagst, du kommst nicht in dieser Gruppe vor, kannst du dir gerne Mond, Venus, Ascidenz, Zeichen anschauen oder du kannst dir auch eine persönliche Legung buchen. Ja, da machst du bitte Doppelklick auf den Titel, dann geht ein Feld auf und wenn du gerne möchtest, dass ich dir eine Beratung gebe, dann bitte einmal mich kontaktieren. Am besten über WhatsApp und dann werden wir sehen, was bei dir Thema ist und wie wir die Kuh am besten vom Eis kriegen. Okay, meine Lieben, ansonsten für alle Neuen, ich danke euch ganz herzlich für eure Abos, Likes, für eure Kommentare und ich freue mich einfach auch, dass ihr mich so mit Spenden unterstützt. Und seht ihr, ich fange eure Legung an und da kommt der Sonnenstrahl rein, wenn das nicht mal ein positives Omen ist, meine Lieben. So, und positiv geht es auch gleich weiter, weil alles, was ins Stocken kommt, wo eine Blockade zu sehen ist, ist eine Herausforderung für euch, um an den Themen weiterzuarbeiten oder an diesem Thema überhaupt zu arbeiten. Okay, meine Lieben, wir starten hier mit den Seelenbotschaften, wir gehen weiter mit den Weisheitskarten. Ich habe hier das Licht- und Schattentarot und die Kippa und die Lennemore-Karten mit am Start. Mal eine ganz interessante Kombination für eure Message hier. Und ihr seid so lieb und fühlt mal rein, inwiefern ihr damit in Resonanz geht, okay? Meine Lieben, dann starten wir los. Und die Sonne wird immer mehr. Das ist doch ein positives Zeichen hier für den Steinbock. Die zweite Monatshälfte, bitte. Was gibt es hier für Informationen, bitte? Okay. Die Erfüllung. Tu das, worin du vollkommen aufgehst. Also das scheint hier, mein lieber Steinbock, eine Situation zu geben, wo du dir Wünsche, Ziele, Träume erfüllst oder und wo du dich drauf fokussieren darfst, wenn es nicht der Fall sein sollte, dass du sagst, nö, ich weiß noch nicht, aber ich habe da doch irgendwo in irgendeiner Schublade einen Wunsch. Und ich würde ganz gerne dem Nachkommen oder diesen Wunsch leben, diese Erfüllung leben. Dann, lieber Steinbock, konzentriere und fokussiere dich bitte genau da drauf. Ja, also auf das, was dir gut tut, was du gerne möchtest. Und da richte bitte deinen Fokus hin, okay? So, dann schauen wir mal. Was haben wir hier? Ja, Transformation. Verwandle deine Schatten in Licht. Also es ist hier eine Situation scheinbar, die noch nicht ganz so ausgereift ist oder wo du hier erst noch im Bereich der Transformation oder in diesem Prozess der Transformation steckst. Und wenn du das Gefühl hast, ach, ich weiß nicht und es wurde sowieso nicht so und es sieht gar nicht so gut aus, wie ich eigentlich wollte und dachte und überhaupt, dann kann ich dir schon mal die Information geben, lieber Steinbock, dass dieser Schatten, den du gerade noch aktuell fühlst oder siehst, dass der im Bereich deiner Transformation ist. Das bedeutet, du hast die Aufgabe, wie sagt man, aus Zitrone eine Limonade zu machen, aus der Sicht, wie es ist, das Positive zu sehen. Ja, und das ist dieser Transformationsprozess. Du wirst so ein bisschen geprüft, Steinbock, ja, inwiefern du da wirklich das auch umsetzen möchtest. Und wir haben den Lebensweg. Der Pfad deines Herzens führte dich zur Erfüllung. Wir haben hier die Erfüllung und wir haben hier die Erfüllung. Es ist dir vorbestimmt. Du transformierst in Richtung Erfüllung. Und diese Erfüllung ist dein Lebensweg. Wir gucken mal, was es hier noch geht, sind ja super tolle Botschaften hier und die Größe. Du bist großartig. Und genau das ist es, Steinbock. Ja, wie der Löwe stehst du aber auch auf deinem Berg und mach dich nicht klein oder lass dich in diesem Prozess der Transformation, lass dich nicht klein machen, sondern erwachse daran. Also werde erwachsener oder wachse daran, ja. Das ist eine Seelenerfahrung, die du hier hast. Insofern, inwiefern du, wenn es nicht so erfüllend aussiehst, du aber daraus deine Erfüllung machst, indem du deine Gedanken, Glaubenssätze, deine Verhaltensmuster, allgemein deine Struktur überprüfst und sie positiv hin ausrichtest. Ja, guck mal, was soll ich noch mal sagen? Der Erfolg, verwirkliche deine Vision. Also hinsetzen, überlegen, was möchte ich, was ist meine Erfüllung und dann in die Richtung transformieren. Und dann, wenn du in deiner Größe angekommen bist, dann wirst du hier den Erfolg definitiv leben können. Okay, so. Ich packe die mal hier hin, weil ich glaube, die andere Karte ist ein bisschen größer und wir brauchen heute für dich auch ein bisschen mehr Platz. Und was geht es noch beim Steinbock? Okay. Ja, es ist etwas, was du angefangen hast und was in die Beendigung kommen möchte. Ich denke mal ganz stark, dass du schon mal irgendwo ein Stück weit mit diesem Thema deine Erfüllung begonnen hast und dann aber irgendwie stagniert bist oder aufgehört hast, deine Erfüllung weiter zu leben. Denn, das sieht ja ganz so aus, so. Ein Hinweis ist, dass du mit dem Strom schwimmen möchtest. Also nicht gegen das Leben, nicht gegen dich oder denken, es ist alles nur gegen mich. Nein, es ist für dich. Manche Prozesse brauchen ihre Zeit, ja. Und manchmal, ja, manchmal darf man sich wirklich auf den Beobachtungsposten setzen und einfach nur mal gucken, ich transformiere, ich entwickle mich, wo stehe ich jetzt, wo will ich hin? Was kann ich korrigieren? Wo habe ich vielleicht zu viel? Wo habe ich zu wenig? Wo ist das Geben und Nehmen nicht im Einklang? Warum stagniere ich gerade? Und, und, und. Das sind diese wunderbaren Eigenschaften, wo du ganz viel zu tun hast mit der Reflexion und mit dir selber. Und da hast du, ehrlich gesagt, nicht wirklich viel Zeit für Dinge, die dich ablenken. Okay. Wir starten hier mit dem Licht- und Schatten-Tarot. Und ich finde die Botschaften an sich schon total spannend bei dir. Also, du transformierst in deine Erfüllung. Na, dann gucken wir mal. Ich lege übrigens eine neue Erlegung, ja. Mit dem Tarot. Das hatte ich, glaube ich, zum Anfang gar nicht erwähnt. Und wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Okay. Für den Steinbock Nostalgie. Du beschäftigst dich auf jeden Fall aktuell hier mit, äh, mit deiner Kindheit oder mit einem Kindheitsthema. Ja, du reflektierst, äh, du schaust zurück und, äh, du beobachtest, ähm, was fühlst du in der Situation. Ähm, du denkst auch nach. Du machst dir Gedanken und, ähm, du nimmst das, was du gelernt hast, mit, um entweder eine Situation auszubauen oder auch besser zu machen. Das war mir jetzt zu viel und zu undeutig. Entschuldigt bitte, meine Lieben. So, jetzt haben wir es. Das ist besser. Ja, wir haben heute starke Energien irgendwie. Schauen wir mal. Also, wir haben das Ast der Kelche. Da kann es um die Selbstliebe, aber auch um die elterliche Liebe gehen. Was hast du an Liebe erfahren und inwiefern, äh, nimmst du das mit ins Hier und Jetzt. Und wir haben die Herrscherin. Und die Herrscherin bedeutet, das kann natürlich sich um Kinder handeln, um, um deine Kindheit, um eine Schwangerschaft. Es kann um einen Neuanfang gehen. Es kann darum gehen, dass du jetzt dahin transformierst, dass du sagst, jetzt ist meine Zeit, jetzt ist mein Leben, ähm, so weit von der Entwicklung, dass ich jetzt die Führung für mich übernehmen kann, weil es mir jetzt vom Gefühl her wieder so geht, dass ich es schaffe, kräftemäßig. Wir haben auch die Gespräche von Herz zu Herz. Auch das im Bereich, ähm, von Ast der Kelche kann hier auch zu einem Neuanfang in der Liebe führen. Wir gucken jetzt mal, um was es hier noch geht. Dazu nehme ich jetzt mal die Kipper-Karten und die Lennys. Schau bitte, wo du dich wieder findest, ja? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ja, also irgendwas entwickelt sich hier bei dir positiv in Bezug auf entweder eine Schwangerschaft, ein Neuanfang oder aber auch das Erlebte in der Kindheit. Ja, es war hier entweder eine Lernerfahrung für dich, ja, wo du sagst, okay, ich weiß, was ich jetzt als erwachsene Frau, als erwachsener Mann nicht möchte oder was ich möchte. Also manchmal gibt es ja so Situationen und so Dinge, da sagt man also, ich habe hier in der Kindheit was erlebt, das muss ich jetzt meinen Kindern nicht antun oder das möchte ich einfach noch nicht leben oder ich möchte einfach mein Leben selber frei bestimmt gestalten. Ja, dann haben wir hier den Neuanfang und ich mache es einfach besser, weil meine Eltern es nicht besser wussten, aber sie haben halt alles versucht. Und das sind so Prozesse, die du gerade hast, die hier eventuell nicht offiziell gemacht werden, ja? Das Buch steht auch für Geheimnisse, kann aber auch für Verträge stehen. Dann haben wir hier das Thema zum Beispiel, dass du dich verehlichst, ja? Also auch das kann hier eine Möglichkeit sein. Da möchte etwas vertraglich festgelegt werden und das kann mit dem Neuanfang in der Liebe sein, dass du in eine Beziehung gehst. Oder wenn es um eine bestehende Beziehung geht, kann es hier auch mit den zu hohen Ehren und dem Vertrag, kann es auch zu einer Eheschließung führen. So, dann haben wir hier die Neuen der Münzen. Die Sieben der Münzen, ja? Du reflektierst unheimlich viel, ja? Also das ist eine Stagnationskarte, die Sieben der Münzen. Ja, also ich denke ganz stark, dass du hier Themen aus der Vergangenheit, aus der Kindheit ganz stark mit ins Feld nimmst, ja? Und auch hier haben wir wieder die Gespräche von Herz zu Herz. Was ich hier ganz klar sehe, ist, das ist der Hauptmittelpunkt der Legung, ist die Sieben der Münzen. Sieben der Münzen ist, du reflektierst, okay, wie weit ist mein Samen, den ich gesät habe? Du warst also in der Vergangenheit schon sehr aktiv, das ist positiv. Wie sehr habe ich jetzt diese kleine Pflanze, die Samen gepflegt? Und daraus ist eine kleine Pflanze erwachsen und wie sehr bin ich damit einverstanden? Oder wie sehr ist das Ergebnis für mich zufriedenstellend? Ja, es geht hier auch um deinen Selbstwert. Du selber wächst an den Dingen, die in der Vergangenheit passiert sind. Vielleicht hast du dich auch ein Stück weit alleine gefühlt, ne? Weil die Neuen der Münzen ist auch die Single-Karte. Und Kindheit und Single kann auch bedeuten, also Single-Karte kann auch bedeuten, dass du hier ein Stück weit vielleicht selber auf dich gestellt warst oder eine große Verantwortung getragen hast, ne? Und mit sechs der Schwerter hast du ein Ziel, wo du sagst, ja, okay, ich weiß, wo es jetzt hingeht. Ich brauchte diese Erfahrungen, um jetzt meinen Weg gehen zu können. Oder um es besser zu machen. Und andere entscheiden sich halt fürs Alleine-Sein. Auch das sehe ich. Dann haben wir es hier mit dem Selbstwert zu tun. Ja, also lieber, also für die Gruppe, für die Reisegruppe, die sagt, ich bin Single, ich bleibe Single, ich kümmere mich jetzt um meinen Selbstwert und gehe erfolgreich alleine. Ja, die werden damit auch sehr erfolgreich sein, weil sie letztendlich sich von falschen Personen abwenden. Hier habe ich einen Steinwock, der zwischen, ich sag mal, Pest und Cholera entscheiden wird. Und der sagt, bevor ich mich binde, bleibe ich lieber alleine. Bevor ich mich mit einem Kollektiv zusammenschließe, bleibe ich lieber alleine. Ja, also das, was du hattest, da könnte es sehr gut sein, dass du dich dagegen entscheidest. Wir müssen mal das Ganze ein bisschen weiter rüber rücken, meine Lieben, sonst kriegen wir das alles nicht aufs Bild. Ja, also Korrektur. Seht ihr das? Die, die mich schon ein bisschen länger kennen, die wissen, dass alles, was in den Legungen stattfindet, nehme ich mit als Message hier für euch. Und ich glaube, durch dieses, allein dieses Kartenverschieben, du wirst einiges jetzt noch im September korrigieren in deinem Leben. So, und falsche Personen, ja, die mussten sein, um damit du die Dinge zu wertschätzen weißt, um diesen Weg, den du mit dieser Person gegangen bist oder diese Erfahrung, die du mit dieser Person gemacht hast, jetzt in Zukunft nicht mehr tun wirst. So, und wir haben die Öffentlichkeit. Ja, schaue bitte, wer in der Öffentlichkeit mit dir ehrlich umgeht, wer was erzählt und das einhält, wer nur sagt, ja, und es wird ganz toll, so Versprechen macht und dann aber sieht das nachher ganz anders aus, weil diese Person irgendein Ziel erreichen will bei dir, aber du schaust hinter die Kulissen, weil du bist in der Stagnation. Also alles, was man dir sagt, überprüfst du. Du wirst nicht gleich entscheiden. Weil du hast letztendlich mit der Herrscherin und mit den sechs der Schwertern hast du ein Ziel und du wirst dieses Ziel verfolgen. So, wir haben hier innere Konflikte bzw. Streitigkeiten in Bezug auf deine Vergangenheit oder eine Entscheidung, die du treffen wirst. Aber es ist positiv. Du wirst trotz der Konflikte, wirst du hier weitergehen. Die Welt ist einerseits eine positive Energietate, andererseits aber verlässt du hier einen alten Zustand und gehst weiter. Und du nimmst auch die Konflikte mit. Du brennst für etwas. Deswegen, du hast hier ein neues Ziel und dafür brennst du. Man kann dich nicht aufhalten, Steinbock. Du hast dich entschieden und du wirst das umsetzen. Und hier haben wir wieder deine Energie. Du gehst langsam in die Richtung, in die du gehen möchtest. Und das ist wieder mit den sechs der Schwertern, ist letztendlich das Boot, was sich langsam entwickelt. Es ist langsamste Verkehrsmittel, sage ich mal. Es braucht seine Zeit, was wieder hier zu deiner eigenen persönlichen Energie super passt. Aber hier bist du direkt zielorientiert. Und hier könnte es sehr gut sein, dass du Schritt für Schritt wirklich deinen Weg neu ebnest. So, und dann haben wir hier auf der Unterseite des Kartendecks haben wir das Ast der Münzen. Und das ist ein Neuanfang mit Fundament. Das ist wirklich ein Neuanfang, wo du bodenständig etwas beginnst, was Fundament hat, was Stabilität hat, was für dich unheimlich gut ist. Gut ist, wichtig ist und was dir Halt gibt. Also diese Entscheidung, die du hier treffen wirst oder getroffen hast, die ist sehr gut gewesen. Ja, die Gemeinschaft. Einige von euch werden sich eine neue Gemeinschaft suchen, neue Mitmenschen suchen, ein neues Umfeld suchen. Es ist definitiv eine Veränderung, die in dein Leben kommt. Ja, und den Menschen bleibst du auch treu zur Seite. Diese Menschen stehen dir treu zur Seite und du bist aber auch selber sehr loyal und treu. Also das ist wie, als wenn du dir ein neues Feld suchst und mit neuen Mitmenschen, wo du hier vielleicht auch einen Neuanfang machst. Sei es im Bereich der Berufung, deines Berufes, sei es familiär. Wo hast du hier für dich den Neuanfang? Und es ist ein Neuanfang mit Fundament. Und es geht einzig und allein um deine Veränderung. Merkt ihr, das Reden fällt mir heute auch wieder etwas schwerer. Und ich möchte hier trotz alledem nochmal eine Botschaft für euch ziehen. Und dann glaube ich, gehe ich hier nochmal mit dem Tarot rein. So, Frieden. Ja, also du kommst aus einer sehr aufregenden Zeit, lieber Steinbock, und du wirst hier in Frieden weitergehen. Ja, ich erschaffe jetzt Frieden in mir selbst und lasse diesen auch in die Welt hinausfließen. Und das ist das. Also du hast hier, du transformierst, um etwas zu beenden. Du transformierst, um deine Erfüllung zu leben. Und die Erfüllung hier ist, im Frieden leben zu können. Und das wirst du hier erfolgreich umsetzen. Also diese Entscheidung, die hier getroffen worden ist, oder die du hier treffen wirst, die dient dir zur Seelenheilung. Das ist für dich ganz, ganz wichtig. Das war eine richtige Veränderung, eine richtige Entscheidung zu einer Veränderung, wo du zu dir selber wieder findest. Hier ist in der Vergangenheit einiges nicht gut gelaufen bei dir. Und das wird sich hier ändern. Die Erfüllung, zu hohen Ehren kommen, Partnerschaft und gemeinsame Ziele. Mit wem hast du eine Partnerschaft und mit wem hast du gemeinsame Ziele? Und diese neuen Ziele und diese Partnerschaft an sich. Eine Partnerschaft muss nicht immer Liebe bedeuten, kann auch eine Familienzusammenführung sein, kann auch sein, dass man, je nachdem wie die Situation in der Familie ist, Patchwork-Familie, dass man dann, manchmal werden auch die Kinder aufgeteilt, oder man lernt jemand Neues kennen und sagt, okay, wir haben jetzt mehrere Kinder zusammen, oder wie auch immer. Aber man zieht hier gemeinsam, wie auch immer die Konstellation bei dir jetzt ist, hier gemeinsam an einem Strang. Wenn keine Kinder da sind, dann seid ihr das beide alleine. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr positive Lebensveränderung. Und es wird dir sehr, sehr gut tun. Ja. Bewegung, Entscheidung, Erkenntnis. Du hast verschiedene Möglichkeiten gehabt, wie du dich entscheidest, oder du wirst verschiedene Möglichkeiten haben, wie du dich entscheidest. Denk immer dran, Zeit ist fließend. Du wirst dich in eine Richtung bewegen, die dir gefühlt emotional gut tut. Du wirst daraufhin eine Entscheidung treffen und wirst durch die Erkenntnis reflektieren, dass das die richtige Entscheidung für dich war. Also es wurde aber auch Zeit, dass hier eine Veränderung kommt. Genau, und dafür wirst du anerkannt und belohnt. Also die Anerkennung und die Belohnung, lieber Steinbock, die wird definitiv kommen. Ja. Meine Lieben, ich wünsche euch für die kommende Zeit ganz, ganz viel Erfolg. Genießt den Frieden, genießt diese wundervolle Energie. Ja, es ist was ganz Großartiges, was hier auf dich zukommt. Es ist von Erfolg gekrönt. Du hast neue Ziele, du wirst deine Erfüllung leben, bekommst du und er, das große Glück ist an deiner Seite. Es war und wird die richtige Entscheidung sein. Und es hat was mit Frieden, mit Liebe, mit Neuanfang zu tun. Ja, wie gesagt, und Liebe und Neuanfang kann in der Liebe sein, kann aber auch zwischenmenschlich sein, familiär sein. ähm, das kann verschiedene Möglichkeiten haben. Und das Ganze ist hier auf einem guten Fundament, ja. Okay, lieber Steinbock, dann wünsche ich dir, wie gesagt, eine wundervolle Zeit, ja. Danke für dein Zusehen, danke für deine Unterstützung. Ich freue mich, dass du da gewesen bist und wünsche dir das Allerallerbeste. Mach's gut. Tschüss. 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 Vielen Dank.